Nehmen wir an, ich habe einen Ballon und in diesem Ballon habe ich einige Partikel, die hüpfen da umeinander. Das sind unsere Gaspartikel. Die bewegen sich frei und sie haben alle eine bestimmte Geschwindigkeit, also eine kinetische Energie. Und was ich jetzt wissen will, ich zeichne hier noch ein paar rein, das ist jetzt der sechste hier. Also was ich wissen will, ist, welchen Druck üben die jetzt von innen auf die Oberfläche des Ballons auf? Was ist also Druck? Ist Kraft pro Fläche. Ich will den Druck wissen. Die Fläche ist die Innenseite des Ballons und die Kraft ist die Kraft, mit der die dagegen drücken. Und in Wirklichkeit habe ich natürlich nicht nur sechs Partikel, sondern Trillionen, Trillionen, Trillionen. und eigentlich mehr, als du dir eigentlich vorstellen kannst. Aber stellt euch jetzt einfach mal vor, zu einem bestimmten Moment klopfen die oder springen die gegen die Innenwand. Der zum Beispiel oder der. Und wenn die jetzt gegen die Innenwand des Ballons dagegen fliegen, dagegen hauen, müsst ihr euch vorstellen, der Ballon wird wie aufgeblasen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass der Druck umso größer ist, je schneller die sind. Wenn ich also schnellere Partikel habe, dann fliegen die mit höherer Geschwindigkeit wie so kleine Bälle dagegen. Wenn die langsamer sind, dann hauen die einfach weniger stark gegen den Ballon. Wenn ich also langsamere Partikel habe, dann habe ich also einen niedrigeren Druck. Und das Problem ist, ich kann die kinetische Energie und die Richtung von diesen ganzen Partikeln eigentlich gar nicht genau messen. Und jetzt überlegen wir uns einfach mal, was könnte die durchschnittliche kinetische Energie der Partikel sein. Und das ist jetzt ein neues Konzept. Und eigentlich ist es etwas, was ihr schon kennt, nämlich es ist einfach die Temperatur. Die Temperatur kann und sollte als die durchschnittliche Temperatur, als die durchschnittliche kinetische Energie, das System bezeichnet werden. Es ist die durchschnittliche Energie. Und zwar hauptsächlich ist es die kinetische Energie. Je höher die Temperatur ist, desto schneller bewegen sich diese Partikel. Und umso schneller fliegen sie auch gegen die Innenwand des Ballons. Also die durchschnittliche Energie, das ist sozusagen die Energie pro Partikel. Und die hängt mit der Temperatur zusammen. Und stellen wir uns mal vor, wir haben nur ein Partikel. Und das hat eben eine bestimmte Energie. Und wir haben Millionen von Partikeln, die haben eben eine durchschnittliche Energie, weil die haben nicht alle die gleiche Energie. Jetzt nehmen wir mal beispielsweise zwei Fälle hier. Zwei Ballons. Ich habe also zwei Ballons und hier habe ich wieder meine Teilchen drin. Die haben eine bestimmte Temperatur und die fliegen in verschiedene Richtungen herum. Und in einem anderen Ballon ist nur ein Partikel. Nehmen wir mal an, die haben die gleiche kinetische Energie. Dann ist doch eigentlich klar, dass der linke Ballon, dass in dem linken Ballon mehr Druck ist. Weil ich einfach mehr Teile habe, die da von innen gegen die Wand fliegen. Und hier ist das ja nur das Einzige hier. Das wird weniger Druck haben. Die Temperatur ist zwar die gleiche, aber insgesamt habe ich weniger Teilchen da drin. Deswegen wird der Druck geringer sein. Also, wir werden also die Temperatur multiplizieren müssen mit der Anzahl der Partikel, die da drin sind. Und auf der molekularen Ebene ist ja die Anzahl der Partikel entspricht der Molarität. Jetzt machen wir es nochmal so. Der Druck ist proportional zu einer Konstante. Jetzt nehmen wir einfach mal diese Konstante an. Sagen wir mal R mal. Die Einheiten machen wir alle am Schluss. Also die Temperatur ist ja in Kelvin und Energie ist in Joule. Also machen wir einfach. Konstante mal die Temperatur mal die Anzahl der Atome hier drin. In Mol. Wenn ich beispielsweise sage, es sind 5 Mol drin, das sind es 5 mal 10 hoch 23. Eben die Anzahl der Partikel. T ist die Temperatur. Und das ist einfach diese Konstante, die ich brauche. Gut. Wovon hängt jetzt die Temperatur noch ab? Wie haben wir gesagt, das hängt von der Temperatur ab, also von der kinetischen Energie. Das hängt auch von der Anzahl der Partikel ab. Hier links habe ich mehr und rechts habe ich weniger Druck. Wovon hängt es noch ab? Vom Volumen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich diesen Ballon schrumpfe, dass dieser Ballon kleiner wird. Und ich habe immer noch diese vier Partikel da drin. 1, 2, 3, 4. Mit der gleichen kinetischen Energie und der gleichen Temperatur. Die Anzahl ist gleich, die Temperatur ist gleich, aber das Volumen ist kleiner. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass die einfach häufiger da dagegen hauen. Und weil die Fläche kleiner ist, wir haben ja gesagt, der Druck ist Kraft pro Fläche. Wenn die Fläche jetzt kleiner wird, dann wird insgesamt der Druck größer. Also wenn das Volumen kleiner wird, dann wird der Druck höher. Anders, man kann es auch so sagen. Der Druck ist umgekehrt proportional zum Volumen. Also, Entschuldigung, nicht Druck, sondern Druck. Und ich habe hier also diese Konstante noch drin. Der Druck ist konstant zur Konstante mal der Anzahl der Partikel mal der Temperatur. Und jetzt ist es inverse proportional zum Volumen. Und jetzt multipliziere ich beide Seiten der Gleichung mit V. Dann habe ich hier P mal V ist gleich R mal N mal T. Konstante mal Anzahl mal Temperatur. PV ist gleich R mal N mal T. Jetzt schreibe ich es noch ein bisschen anders um, damit ihr es so seht. So ist es nämlich in den Chemiebüchern dann drin. PV ist gleich N mal Konstante R mal T. PV ist gleich N mal R mal T. Und das hier ist die, das ist ganz wichtig jetzt, das ist die ideale Gasgleichung. Das ist die ideale Gasgleichung. Und was ist jetzt eigentlich ein ideales Gas? Und das ist so eine Vorstellung davon. Und zwar gehen die von bestimmten Annahmen aus. Ich gehe davon aus, dass ein ideales Gas dann vorliegt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Ein ideales Gas ist ein Gas, in dem die Gasmoleküle sich nicht miteinander beschäftigen, sondern im Wesentlichen durch ihre kinetische Energie bestimmt sind. Also sie ziehen sich nicht gegenseitig an. Es gibt also keine Anziehungskräfte oder sie dürfen sich auch nicht abstoßen. Und das würde nämlich bedeuten, dass sie sich beispielsweise alle zur Mitte hinziehen und eben nicht in alle Richtungen davonfliegen, in alle beliebigen Richtungen. Und wir gehen also davon aus, dass sie sich nicht gegenseitig anziehen oder auch nicht abstoßen. Denn das würde dann einfach unsere Kräfte hier verfälschen. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Vorstellung. Und denn ihr müsst euch nämlich vorstellen, dass in Wirklichkeit da nicht sechs, sechs Atome drin, sondern sondern Millionen, Millionen, Millionen. Und die können sich natürlich schon auch gegenseitig beeinflussen, sich also anziehen oder eben sich gegenseitig abstoßen. Ich will nur, dass ihr euch vorstellt, das ist also eine Art geistige Übung, dass in dem idealen Gas sich die einzelnen Atome sich nicht abstoßen oder anziehen. Und da kann man eben diese ideale Gasgleichung dann anwenden. Und ja, die werdet ihr also ganz oft noch wieder sehen. Das kommt ganz oft noch in der Chemie. Und in den nächsten Videos werden wir ganz, 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 ganz viele, viele Übungen mit dieser idealen Gasgleichung machen. Und wichtig ist nur, dass ihr euch vorstellen könnt, wie ich diese herleite und wie diese ideale Gasgleichung aufgebaut wird. Und ich will auch, dass ihr die möglichst nie mehr vergisst.